Von diesem Instagram-Post hatte sich Bundesfinanzminister Christian Lindner vermutlich andere Reaktionen erwartet. Unter einer Bilderstrecke, die ursprünglich die Bundeswehr bewerben sollte, diskutieren Userinnen und User nicht etwa um politische Themen, sondern witzeln um die Wette. Die Fotos, die am Donnerstag auf Lindners Instagram-Account gepostet wurden, zeigen den Minister in Militärkluft bei einem Besuch beim Bund. Darunter schreibt er, Das viel diskutierte Thema der sanierungsbedürftigen Bundeswehr scheint jedoch in der Kommentarspalte wenige zu interessieren. Vielmehr amüsiert man sich über den FDP-Politiker im Armee-Look. Für zwei Tage G36 statt G63, schreibt einer. Ein anderer kommentierte, in den zwei Tagen war Deutschland sicherer denn je. Und Christian Lindner? Der nimmt es gelassen und beweist Humor.